Das Departement Meurth ist ein ehemaliges französisches Departement, dessen Hauptstadt Nancy war. Das Departement wurde 1790 geschaffen und 1805 Arrondissements gegliedert. Die Unterpräfekturen waren Chateau Salins, Luneville, Sarebourg und Thull. Im Jahr 1866 hatte das Departement 714 Kommunen und 428.387 Einwohner. Durch den Vertrag von Frankfurt erhielt Deutschland 1871 große Teile von Elsass und Lothringen. Darunter den Nordosten des Departements Meurth mit den Unterpräfekturen Chateau Salins und Sarebourg. Der Rest des Departements Meurth bildete zusammen mit einem kleinen Rest des ursprünglichen Departements Moselle das neue Departement Meurth et Moselle. Während der an Deutschland gekommene Teil Meurth mit dem deutsch annektierten Großteil des ehemaligen Departements Moselle zum Bezirk Lothringen vereinigt wurde. Mit dem Vertrag von Versailles wurden Elsass und Lothringen 1919 wieder französisch. Doch die früheren Grenzen der Departements wurden nicht wiederhergestellt. Die Gemeinde Rauenlelo fordert immer noch ein 1000 Hektar großes Waldgebiet zurück, das auf Betreiben bis Max 1871 Deutschland zugeschlagen worden war, um den strategisch wichtigen Donnum kontrollieren zu können. Seitdem gehört das Waldgebiet zur elsässischen Gemeinde Grand Fontaine. Die Gemeinde Rauenlelo fordert immer wiederhergestellt werden.